Hallo, mein Name ist Dennis Kaiser. Mein Name ist Markus Hummeldorf und heute haben wir in entsprechender Jahreszeit das Thema Feuchtigkeit mitgebracht. Genau, Markus. Es geht jetzt in die dunkle Jahreszeit, Herbst, Winter. Das bedeutet, dass mehr Schmutz und Feuchtigkeit in die Gebäude eingetragen wird, der wiederum bei vielen Gebäudeverantwortlichen zu erheblichem Mehraufwand führt. Denn gerade Feuchtigkeit gilt es schnell zu beseitigen, da Feuchtigkeit in Kombination mit Salzen die Böden nachhaltig schädigt und zu Rutschunfällen führt. Deshalb lohnt sich jetzt auch der Blick auf Ihre Schmutzfangprodukte, denn deren präventive Funktion wird häufig unterschätzt. Je mehr Feuchtigkeit und Schmutz im Vorfeld aufgenommen werden, desto weniger Energie bedarf deren Beseitigung. Ob Ihre Lösung noch den Anforderungen entspricht, können Sie gerne mit Hilfe unserer digitalen Checkliste direkt vor Ort selbst prüfen. Die haben wir Ihnen im Video verlinkt. Sie brauchen eine professionelle Schmutzfangberatung? Kein Problem, sprechen Sie Markus, mich oder einen unserer zahlreichen Kollegen der Emko Bautechnik gerne an. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.